Restaurant und Essen Nun wissen wir uns auch im Notfall zu helfen und können uns beruhigt, angenehmeren Dingen zuwenden. Ausflügen, Einkäufen und vor allem Essen. Restaurants und Essen Es ist immer ratsam, einen Tisch zu reservieren, einen Tisch bestellen. Das lässt man meistens am Telefon erledigen. Guten Tag, kann ich noch einen Tisch für heute Abend bestellen? Allo, u was jest swabodny stolik na etat večer? Allo, u was jest swabodny stolik na etat večer? Daraufhin werden wir sicher gefragt, für wie viel Personen? Na skolka čelověk? Na skolka čelověk? Die Antwort könnte lauten Ich bestelle einen Tisch ab 8 Uhr für vier Personen. Ich хочу zakazat stolik na 8 часов večera na 4 человека. Wie schade, bedaure, aber wir sind schon ausgebucht. Izvinite, no vse stály záněte. Izvinite, no vse stály záněte. Manchmal löst sich das Problem, wenn man zeitlich flexibler ist. Erst ab 9 Uhr. Только v 9 часов. Только v 9 часов. In vielen Ländern ist das bereits verboten, aber vielleicht fragt man sie doch. Raucher oder Nichtraucher? Das wär's, wir sind da und haben einen Tisch. Man lässt sie am Eingang warten. Wir haben einen Tisch bestellt. Das freundliche Personal führt sie zu ihrem Tisch. Nehmen Sie bitte Platz. Aber vielleicht haben wir davor noch ein anderes Bedürfnis. Wo ist die Toilette? Wir sitzen schon seit 20 Minuten da. Wo bleibt die Bedienung? Herr Ober, Kellnerin. Offizant. Offizant. Die Speisekarte, bitte. Menu, por favor. Menu, por favor. Aus irgendeinem Grund verlassen wir uns auf den Kellner und fragen, was er empfiehlt. Was empfehlen Sie? Что вы нам рекомендуете? Что вы нам рекомендуете? Aber vielleicht fragt er uns, was wollen Sie bestellen? Что бы вы хотели заказать? Что бы вы хотели заказать? Wie gesagt, über Geschmäcker lässt sich nicht streiten, aber dieser Satz kommt immer. Das empfehle ich sehr. Очень рекомендую это блюдо. Очень рекомендую это блюдо. Für mich bitte eine Suppe. Und bevor ich erkläre, welche, sage ich, ich bestelle. Was hast du bestellt? Das will ich auch. Ich nehme das Gleiche. Vielleicht wollen wir später noch etwas, aber im Augenblick. Das ist vorläufig alles. Пока все. Пока все. Natürlich gibt es hier nicht nur Essen. Was möchten Sie trinken? Что вы будете пить? Что вы будете пить? Für mich bitte. Мне, пожалуйста. Мне, пожалуйста. Mineralwasser. Mineralная вода. Mineralная вода. Kaltes Leitungswasser. Hолодная вода. Orangensaft. Apfelsaft. Apelsиновый сок. Яблочный сок. Das klingt zwar auf der ganzen Welt gleich, aber dennoch. Cola, Soda, Limonade. Cola, sodовая, Limonad. Ah, das war gut. Bitte noch ein Glas. Еще ein Stacan, пожалуйста. Еще ein Stacan, пожалуйста. Und wenn wir mehr wollen? Ich möchte noch... Принесите еще... Принесите еще... War das genug? Ja. Das ist alles. Danke. Это все. Спасибо. Это все? Спасибо. Zwei Wörter, die die Atmosphäre immer und überall lockern. Prosit. Zum Wohl. За ваше здоровье. За ваше здоровье. Und natürlich... Und natürlich... Guten Appetit. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Wir haben gegessen, sind сатт, und der Küchenchef fragt, wie war es? Ну как? Ну как? Was kann man darauf antworten? Ausgezeichnet. Отлично. Отлично. Es stimmt, ja. Das Essen hat sehr gut geschmeckt. Все было очень вкусно. Все было очень вкусно. oft reicht dazu die international bekannte Geste, aber höflicher ist die Rechnung, bitte. Sie werden diesen Wink mit dem Zaunpfahl sicher verstehen. Das ist ohne Service. Не включая обслуживание. Не включая обслуживание. Zur netten Kellnerin darf man ruhig etwas persönlicher sein. Das ist für Sie. Danke. Спасибо. Это вам. Спасибо. Это вам. Спасибо.